ich bin doch gespannt was wir mussten gab als erwartet warum liegen wir schon wieder so viele tote herum das gefällt mir gerade gar nicht hätten willst ich glaube da hinten ok ok das erklärt schon mal warum hier überall tote banditen rumliegen das erste totenbeschwerer unterwegs so traurig ein paar getränke nicht schlecht versprechen und ein aschehaufen auch wie kommt denn der dahin zombie beschwörung also die leute hier was die wieder machen es ist nicht so ganz feierlich kein zaubertrank nehmen die plündern den hier plündern das ganze wieder in die truhe rein verschaffen gut können wir nehmen aber den rest nein 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 denn ich bin mir sicher dass weiter unten noch wesentlich mehr leute sind somit brauchen wir nicht was wir mal hier ist wieder stahlschwert die kleinen haben es bestimmt auch irgendwas ja ja sie ist mal nicht genug rum jetzt das magierhobe stiefel stiefel tunbeschwerer passt schon jetzt denn hinten geht es jetzt weiter aber da nicht oder da hätte es weitergehen sollen ok ok ich verstehe ich verstehe also ich bin jemand da ist da jemand ihr könnt euch von mir nicht hier ach so video das ist natürlich ganz dumm wenn du da dran stehe das hier na gut wenn das ist funktioniert daneben umwand ja ein ope ok funktioniert eher weniger gut dann haben wir haben wir noch einmal koper koper koperator hat ok jetzt ein feuerlöscher wo ich die jetzt anschmeißen aber naja hier so und hier unten irgendwo die hier lassen wir einfach mal den müssen wir nehmen weil wir den getötet haben genauso wie hier oh ja lauter tod also ich frage mich jetzt brauchen wir es genau nicht abgeht dann müssen wir noch mal um zu gründen warum ich hier vorbeigelaufen wenn wir jetzt so ist mein moment hier es scheint ein raum über uns zu sein wo hängen muss nein doch nicht oh hallöchen was sind wir denn fein ja ja ich suche gerade wichtige dinge heraus zu finden merkwürdig wohnen oder ohne ist bestimmt ja das geld drin das können auch nachher holen eine truhe ist wirklich mächtiger magelstein das brauchen wir den rest wie immer reinschmeißen wenn wir alles nachher raus looten ich gar kein problem damit wegleidung den schritt brauchen wir nicht mehr die hohe zerstörung das nicht mehr die brauchen wir nicht mehr ok dann ja ja verdammt den könnten wir gebrauchen ich bin noch uneins drüber und ich weiß nicht warum die hier auf einmal als insider ok ich hätte es mal hier ist der richtige weg ja dann gehen wir mal den nicht richtigen weg 5.000 euro keine heitrank schon wieder aber kein maler trank was denn das geheimnis vom prinzessin thalaband 2 nein aber die beiden träge nämlich gerne das ist mir schon hier so leicht merkwürdig es aber auch noch machen muss ist meine anderen schrei reinhauen und zwar großzeichen eigentlich eher weniger ich hätte eher so einen kleinen feuer arten ja man soll nicht mehr skeletten spielen wieder schon tausend mal gesagt war die hat mich angegriffen geht es hier hier geht es nach unten gold und nackst aha hier geht es noch weiter nach unten ok also ohne karte wäre ich hier verdammt aufgeschmissen möchte nur mal so sagen komm ich mir jetzt ok das ist das hat sich jetzt nicht rendiert für die beiden hier das zu finden das ist jetzt irgendwie ein bisschen leicht naja ja wir haben hier offiziell unsere zeit verschwendet das kann so nicht angehen naja brauchst du schnell gewalt ob da ok kommen schon runter keine zeit mehr wir rein sind zu ende rechts rum rechts rum auf da war sag mal bist du wahnsinnig wird ein sagte für dein bist du wahnsinnig bist du wahnsinnig jetzt zum geil auf du bist es ähm ja ok gut moment 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 das haben wir gleich sagen wir gleich ähm sturmfalle stürzt so wie er hat der erste bei welcher schreitiert juhu die haften genommen 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 nein wo 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 verdammt hier steht der weg ich möchte mir tanzen dann sind dann in der länder das ist nicht gut dass das so gut er gefällt mir das dürfte öfter sein die mann mit dem mann mit kann ich schaden weiß morgen müssen vor der aufnahme doch zum horn kommen vertreten fixiere und eine truhe die schmeißen wir den ganzen waffen rein alles zu schwer okay um geht es weiter und du kannst ja schön weiter wissen allendlichkeit unendlichkeit ich schätze mal nachdem hier geld liegt es gibt noch weiter nach unten super richtung falls ihnen eine ebene nicht ausreicht wir haben noch eine zweite für sie wir haben hoch okay das scheint etwas größeres zu sein ja 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 ich auch noch nicht das ist das ist beeindruckend also ich wäre sogar richtig schön hier drüben auf einmal ich bin hier zu sterben ich bin hier zu sterben hallo ich bin hier zu sterben dankeschön dass der aufforderung doch noch nachgekommen bist die ländige ländige wenn auch hier rumlaufen können ja feuer genau feuer ist heiß und tut eigentlich weh aber wir also einen sauerstaub moment mal lidia lies問 hat man wenn man suffer schlafen warum blockierst du meinen weg ich frage ja nicht erst nein also wo die den wieder her das ist schöne essen war es noch nicht weg das kann man noch gebrauchen bestimmt war mich gerade auch alles schon es ist ja dass das gelangsam zu weit mit dir und dem stab du ballast mir viel zu viel ich glaube ich muss ja zwangspost machen weil die aufnahme voll ist ja gut da mache ich das mal eben und ich hätte mir wiederher noch ein ernstes wörtchen reden müssen also bis gleich dann und da geht es auch schon weiter die frage wo muss ich noch mal hin die aufnahme war nämlich irgendwie gestern wir haben pritzel power denn pritzel power macht uns schlauer moment wo ist die karte das ist eine gigantöse sackgasse dann muss ich das ist nur nebenraum aber mit trinken nebenraum mit köstlichen trinkern ja haben wir doch alles gleich mal mitnehmen beziehungsweise ja ich bin leicht dessen und hätte ich glaube hier mussten wir weiter genau okay ein eisendolch nicht schlecht so das kann man immer gebrauchen das stimmt da war der trauge hier oben schau mal schade das habe ich gedacht ich brenne mit irgendjemandem weg aber naja dass man hier sagt die moment trick 17 selbst überlistung schade da wir ach da müssen wir von hinten her kommen ich zwar nicht so der fan von hinten aber schade stirbt stirbt stimmt ja feuer weißt schon feuer böse wurde es ist ein armen kerl einfach so weggebasht ok moment ich wollte genau genau bingo was ist buch sie gesehen stein xs kriegers größere deutsch nur als hier mit hier so gold sauber trinke kann man gleich mal die drohe wieder die ganzen waffen reinstecken wie auch späther start auch noch mit rein ich habe bestimmt bekleidung natürlich eine kleines eisenschild interesse eventuell habe ich es gleich oben drauf ok das reicht schon hier kann ja auch einer raus tatsache hier kann man auch einer raus egal wir gehen aber hier zwei weiter denn müssen voranschreiten uh gift der entzündung ein treuschädel nicht schlecht ich wollte schon immer einen treuschel haben und ich hoffe dass der zauberstab von der lydia bald mal leer ist denn die frau macht mir tatsächlich angst damit ua lydia bist du wahnsinnig du ich wäre fast runter gefallen das hast du ja schon mal gemacht oder hm ok wir brauchen eine sturmwand ich habe darauf es war es klappt nicht so das war hallo oh oh ja 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 gott sei denn sich ein zauberstab weggetan das ist das finde ich gut das finde ich sogar sehr gut ähm oh parobine mit einem schädel das könnte man doch ua wo kommt denn hier her ich breche vom blauen ab ähm ja zu mir als geht das das war es noch ein bisschen zu hart für euch eigentlich da ich die den welche Untertitelung des ZDF, 2020